Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Erstmal danke an die ganzen Leute, die mir zu Georgina, Fleur und Kubilay die ganzen Updates bei Twitter und Instagram geschickt haben. Also vielen lieben Dank an alle, tausend Dank, wirklich der Wahnsinn. Und ich gehe das hier OneCut mit euch durch, weil ich ganz ehrlich bin, heute eigentlich gar nicht so viel Zeit habe für ein Video. Also sorry, falls es jetzt hier ein bisschen stockt hier und da, aber ich versuche das OneCut mit euch mal durchzugehen und mit euch zu besprechen, was jetzt wieder in den letzten Stunden passiert ist. Also die Ereignisse überschlagen sich. Ich zitiere erstmal Georgina, Fleur, die jetzt sich zu den ganzen Vorfällen geäußert hat auf Instagram. Und Kubilay hat natürlich auch sich geäußert. Er hat auch sogar ein kleines Video, eine Botschaft an Georgina gemacht in seiner Story, wo er ihr den Mittelfinger zeigt und sagt, Mensch, du kannst mich nicht umbringen und bla bla bla. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Es gibt auch teilweise Leute, die Kubilay recht geben, weil es ja die Wohnung von Kubilay ist und Georgina den schwarzen Peter zuschieben bei dieser ganzen Geschichte. Wichtig ist, das nehme ich hier mal vorweg, dass es dem Baby gut geht und keiner, der ernsthaft verletzt wird. Wie weit das allerdings jetzt aus Georginas Sicht gegangen ist, werde ich hier mit euch durchgehen, denn die hat jetzt einiges in ihrer Story rausgehauen, was ich hier mit euch mal durchgehen werde. Meinem Baby und mir geht es gut. Ich beschütze es mit meinem Leben und allen Kräften. Ich bin von Deutschland vor ihm geflohen. Ich war in Deutschland im Krankenhaus stationär wegen ihm. Ich habe ständige Todesangst, weil er immer wieder auf mich losgeht. Er hat vor vier Wochen meine Nase gebrochen und er gibt keine Ruhe. Er will auch nicht aufhören. Ich bin gerade mit einem Anruf wach geworden, wo er mich weiterhin erpresst und mir droht, mich zu zerstören zu wollen, wenn ich ihn nicht zum Flughafen bringe. Also alles sehr dubios und der Wahnsinn. Ich war ja gestern auch schon total perplex, muss ich sagen. Ich gehe jetzt hier nochmal durch. Dann hat sie noch geschrieben, ich habe Todesangst, das nächste Mal werde ich nicht überleben. Also sie spricht da wirklich davon, dass er da wirklich komplett durchdrehen könnte. Und ja, wenn das jetzt hier alles so stimmt, was jetzt hier beide posten, dann sieht das auf jeden Fall... Also wenn man sagen, wenn man im Duden oder in einem Wörterbuch toxische Beziehungen mit einem Bild beschreiben müsste, dann könnte man eigentlich das Foto der beiden nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ohne sich jetzt drüber lustig machen zu wollen, aber das ist wirklich, viel schlimmer geht's ja kaum. Ich werde hier bei Instagram sicherlich keine Fotos posten, sowas gehört nicht an die Öffentlichkeit. Ich verteidige mich nur. Geht es weiter? Dann, Kubi ist gestern früh sturzbetrunken bei mir in Dubai aufgetaucht und hat mich terrorisiert, mir psychische wie physische Gewalt zugefügt. Und in meinem Apartment alles zerstört. Also das Apartment, von dem da die Rede ist, wird aber auch gesagt von anderen Leuten, dass das von Kubilai ist. Also dass es Kubilai gehört. Es macht natürlich nicht die Sache besser, jetzt da Sachen zu zerstören oder auszurasten oder seine Frau zu bedrohen, die auch noch schwanger ist. Womöglich von ihm, zumindest war das ja im Raum. Ich habe mich und mein Kind nur verteidigt. Daraufhin hat er die Polizei gerufen und wollte mich anzeigen, mich fertig machen, mich mit den wildesten Anschuldigungen in den Knast bringen. Die Polizei hat diesen Soziopath erkannt und ihn dann zum Glück entfernt. So ging es hier weiter. Hier in Dubai werden Frauen beschützt. Ich fühle mich halbwegs sicher. Er versucht mit allen Mitteln mir zu schaden. Ihr zieht alle Register. Ich bin mal wieder 24 Stunden durch die Hölle gegangen. Ich bin völlig fertig. Geht sie weiter. Ich habe ihm nicht die Tür geöffnet. Leider hat ihm morgens irgendjemand eine Keycard von der Rezeption aushändig gemacht. Er kam rein und ging auf mich los, als ich friedlich schlief. Das Ding ist, er kann ja eine Keycard bekommen, wenn es sein Apartment ist. Ich lebe in ständiger Angst vor ihm. Er taucht immer irgendwo auf. Es wird jedes Mal schlimmer. Ich habe schon lange genug. Ich habe Todesangst. Geht es dann weiter. In der letzten Nachricht geht es dann so weiter. Und diese öffentlichen Postings und Anschuldigungen macht er, um mir zu schaden, mich weiterhin zu verletzen. Ich verstehe auch nicht, warum man alles tut, um jemanden zu verletzen. Und dann, dass man einen liebt. Für mich ist da keine Liebe. Ich finde, so etwas gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich wollte es auch eigentlich keinesfalls teilen. Bitte meldet sein Profil, da es endlich ein Ende hat. Und ich meine Ruhe. Ja, ich kann sie jetzt in dem Fall, was sie da geschrieben hat, das klingt eigentlich alles sehr vernünftig. Wenn sie sich verteidigt hat, ist es ihr Recht, wenn sie sich und ihr Baby verteidigt. Wenn sie angegriffen wird, vollkommen legitim. Wenn sie das auch privat halten wollte. Man muss ja sagen, die letzten Wochen wurde ja relativ wenig von ihr gepostet. Ja, wer weiß, was dann noch so abging. Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Bin ich jetzt, was das jetzt, ja, also wie es hier so geschrieben steht, eigentlich, ja klar, auf der Seite natürlich von Georgina. Und natürlich auch dem Baby. Das ist das Wichtigste, dass es dem Kind nichts passiert. Genauso wie es generell da keinem was passiert. Aber wenn man jetzt auch guckt, was jetzt Kubilay im Umkehrschluss gepostet hat auf Instagram, dann fragt man sich halt schon, wie weit soll das gehen? Wie kann ein Unmensch, das mich gestern um 35 K und eine Niere erleichtert hat, also ich glaube nicht, dass der eine Niere verloren hat, aber auf freiem Fuß in Dubai nach mir jagen? Ich meine, die Polizei hat doch alles aufgenommen. Der hat dann auch noch weitere Sachen gepostet und unter anderem auch ein Bild, also mehrere Bilder, aber ich zeige euch jetzt mal das Bild von hinten, wo er auch Wunden zeigt. Und da sieht man auf jeden Fall, dass er da ordentlich geblutet hat. Und ich denke aber nicht, dass er jetzt eine Niere verloren hat, also ich glaube, der dramatisiert das Ganze dann auch nochmal unnötig zusätzlich. Aber 35.000 Euro, da sprach er auch davon, dass jetzt aus seinem Safe was geplündert wurde. Und 35.000 Euro ist natürlich eine ganze Menge Geld. Und wäre natürlich ziemlich heftig, wenn man jetzt sich aus dem Safe bedient, von dem Geld von ihm. Und wenn es jetzt aus seinem Apartment ist, muss man halt aus seinem Mensch, dann muss halt Georgina nach Deutschland oder sich ein anderes Apartment suchen, um halt auch solchen Vorfällen zu entgehen. Ja, und dann auch zu sagen, okay, ich habe hier meine eigene Wohnung, ich komme da nur rein und da darf dann auch keine weitere Person mehr rein. Das kann man ja auch alles mit dem Management in den Hotels oder in den Anlagen auch absprechen, dass da keine zweite Person mehr eine Keycard bekommt. Aber wenn das halt gar nicht die eigene Wohnung ist oder das eigene Apartment, ist das natürlich schwierig, weil natürlich dann auch Kubilay das Recht hat, sich ein theoretisch eine Keycard zu holen. Und so natürlich auch immer wieder in die Wohnung reinkommen kann, auch in Zukunft. Und das würde ja zu zusätzlichen Problemen führen. Und ich sehe da auf jeden Fall nochmal ganz große Probleme. Ich hoffe, das eskaliert jetzt nicht völlig. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, aber das nimmt auf jeden Fall Bahnen und Situationen an, die brandgefährlich sind. Das muss man so deutlich sagen. Und ich möchte mich hier auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr jetzt hier so fleißig mir die Sachen zugeschickt habt. Das soll jetzt erstmal das letzte Update für den heutigen Tag sein, auch wahrscheinlich für morgen. Sollte da noch mehr passieren, wird dann eher am Montag, Dienstag, Mittwoch was kommen. Das Video, was eigentlich für heute geplant war, habe ich jetzt zweimal verschoben, kommt am Dienstag, da kommt nämlich was zu Oliver Pocher und Merzelder. Das ist dann nicht mehr ganz aktuell, aber ich komme hier nicht mehr hinterher, sonst mit den Uploads. Und nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das dann vielleicht schon ein paar Tage, vielleicht schon wieder für Internetzeitgeist verjährt ist. Also es kann manchmal einfach was Aktuelles passieren und da muss ich halt das Aktuelle vorschieben. Und dann kann halt mal so ein nicht ganz so wichtiges Video nach hinten gerückt werden und dann passt das vielleicht nicht mehr ganz aktuell in den Zeitgeist. Aber ich fand es trotzdem wichtig, dass ich nochmal zu Christoph Metzelder und Oliver Pocher was sage. Das kommt am Dienstag. Das lasse ich dann auch für Dienstag 12 Uhr hochgeladen. Sollte jetzt irgendwie die nächsten Tage noch was passieren, schickt mir das gerne alles zu. Ich werde das natürlich aufarbeiten hier und dranbleiben, also ein Abo lohnt sich und dann sehen wir uns morgen um 9 Uhr wieder in alter Frische und um 18 Uhr im Live Talk, wo wir sicherlich auch über Georgina und Kubilay sprechen werden. Bis dann und ciao, ciao.